So meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr könnt es schon alle unscheinbar erkennen, ich habe jetzt eine GoPro mal umgeschnallt hier so mit einem Brustgurt. Ich hatte das Video schon mal gedreht mit der Insta360, kommt aktuell aber noch nicht so ganz damit klar mit dem Cuttingprogramm. Deswegen habe ich gedacht, komm, drehst du das Ganze bitte nochmal neu und diesmal mit einer GoPro Variante, damit das einfach zum Karten für mich jetzt einfacher funktioniert. Und für euch natürlich auch besser im Zugucken. So Leute, ihr habt es wahrscheinlich oben alle im Titel gelesen, ich wollte schon Kommentare sagen, wir haben Digger. Ja, also wie gesagt, oben alle im Titel gelesen, wir entlüften eine Bremspumpe bzw. ein Bremssystem. Genau, viele Leute wissen einfach nicht, wie es geht bzw. haben Angst davor, etwas falsch zu machen, wobei es eigentlich nicht so viel falsch zu machen gibt. Denn das Bremssystem ist einfach relativ einfach aufgebaut, muss man sagen. Ja, wir haben halt eine Bremspumpe, eine Bremsleitung und halt eine Bremszange. Ach, da war mein Halt hier, mein Kinderriegel von vorhin. Gut, so Leute, wir entlüften jetzt ein Bremssystem bzw. wir können, wir machen es anders. Wir wechseln die Bremsflüssigkeit von der SMCR vom Lignanik. Wie gesagt, das Video habe ich schon mal gedreht, das heißt, die Bremsflüssigkeit ist schon neu. Ich würde sagen, auf jeden Fall, erstmal jetzt hier rausräumen. Das Video wird auf jeden Fall ein kurzes Video, das kann ich euch schon mal sagen. Wir werden zwei Methoden ausprobieren. Einmal Bremsflüssigkeit entlüften über einem bremsenden Entlüftungsgerät, da oben zu sehen. Und über die Methode, wie ich es sonst immer gemacht habe. Vorbei mit dem Brems- und Entlüftungsgerät, was per Druckluft funktioniert, habe ich bisher tatsächlich nur ein einziges Mal jetzt gemacht bzw. ein zweites Mal schon mal bei KTM selber und jetzt einmal bei mir. Ja, genau. Aber zu den zwei Motoren kommen wir gleich. Ich würde sagen, ich räume jetzt erstmal ein bisschen auf, räume ein bisschen was raus, damit ich ein bisschen arbeiten kann und dann let's go. Achso, Leute, noch von gestern. Was es damit auf sich hat, kommt vielleicht auch mal ein Video. Mal gucken. Ich will nicht zu viel verraten. So, Freunde, es geht los. Das ist SMCR 690 oder die Bremsanlage, weil wir jetzt so weiter lüften. Dafür schrauben wir zuerst oben den Bremsflüssigkeitbehälter auf, nehmen die Decke raus, die Membran raus, gucken erstmal den Füllstand nach, ist er voll, ist er leer. Wenn er halb leer ist, machen wir ihn erstmal voll. So, Leute, ganz wichtig bei Bremsflüssigkeit, Bremsflüssigkeit ist Ätzen, deswegen immer gründlich mit Wasser alles reinigen. Alles, was mit Bremsflüssigkeit in Berührung kam, gründlich mit Wasser reinigen. Nicht vergessen. Jetzt sehen wir hier, Bremsflüssigkeit ist auf jeden Fall genug drin. Ist relativ voll, weil, wie gesagt, das Video habe ich schon mal gedreht. Ich würde sagen, wir testen jetzt erstmal Methode 1. Das wäre mit dem bremsenden Lüftungsgrät. So sieht das tolle Ding aus. Ihr habt hier hinten einen ganz normalen Druckluftanschluss. Hier schließt ihr nachher Druckluft an. Achter Ringmauer. Der hier ist noch recht neu. Also bisher einmal benutzt er, deswegen geht der echt scheiße drauf für die Lüftung. So, jetzt ist er drauf. Schwere Geburt hier gewesen. Ganz wichtig jetzt, Schlauch dran. Machen wir jetzt mal. Hier ist auch ganz wichtig zu beachten, ihr dürft jetzt nicht irgendwie so einen Aldi-Kompressor haben, der hier so einen Griff hat, womit ihr mal eben irgendein Schlauchboot aufblasen könnt oder so. Also es muss schon wirklich ein Kompressor sein, der ein bisschen was zu sagen hat. Also hohes Volumen aufweist in dem Sinne. Ähm, genau, ich glaube barmäßig funktioniert das Ding zwischen 4 und 12 Bar irgendwie sowas, glaube ich. Aber es muss halt wirklich die Luftmenge stimmen auch. Ich weiß auf jeden Fall, mit dem Kompressor funktioniert das. Nicht wundern, ähm, ich muss es leider mit ein bisschen Musik hinterlegen oder ein bisschen leiser machen oder so. Also sobald ihr einmal hören, das wird jetzt die ganze Zeit so sein. Ähm, deswegen wird das ein bisschen zu laut sein für euch. Deswegen gucken wir, was wir daraus machen. Ähm, genau. Ganz wichtig, ich erkläre das jetzt noch einmal für euch. Oben genug Bremsfähigkeit drin. Ja, muss auch permanent Bremsfähigkeit drin sein. Wenn ihr unten zu lange auflässt, oben saugt ihr schon Luft, dann könnt ihr das alles nochmal machen. Das wollt ihr nicht. Und mal schauen, dass oben genug Bremsfähigkeit drin bleibt, während ihr unten auch offen habt. Wir schalten jetzt gleich hier das Gerät ein, sprich wir drücken, ziehen den Hebel, stellen den fest. Öffnen dann langsam hier unten mit dem 8er Ringmaul, ne, Lüftungsschraube und schauen zeitgleich, wie sieht das oben aus beim, ähm, Behälter oben, ob noch genug drin ist. Und wenn wir merken, gut, das geht so langsam, äh, zugrunde und könnte jetzt gleich, äh, wirklich Ende sein. Dann schließen wir hier, machen das Gerät dann erst aus, nicht voraus, machen ganz wichtig, ähm, kippt ein bisschen Bremsfähigkeit nach und das ganze Prozedium machen wir zwei, drei Mal, äh, ähm, und dann sollte die Bremsfähigkeit auch erneuert sein. Ich würde sagen, let's go der Hase, viel Spaß dabei. So Leute, Kompressor ist jetzt endlich aus, ähm, Bremssystem haben wir soweit jetzt einmal von oben nach unten, ein bisschen was, naja, deflutet, gelüftet, kann man jetzt sagen. Also das System funktioniert meiner Meinung nach recht gut. Es dauert zwar natürlich etwas länger, aber ist dementsprechend kleckerfrei. Also wenn ich jetzt gucke, hier ist nichts, äh, nass oder feucht oder sonst was dergleichen. Ähm, also ist auf jeden Fall eine Methode, die funktioniert. Auch sehr gut, muss ich sagen. Also, den kostet vielleicht 30, 40 Euro, lohnt sich auf jeden Fall, sich zu kaufen. Aber wie gesagt, nur dann, wenn ihr auch wirklich einen großen Kompressor habt, ne. Genau, so, wir kippen jetzt oben Bremsfähigkeit nach und, äh, ja komm, einmal machen wir noch, dann könnt ihr das aus der Perspektive nochmal sehen. Hier ja keine Schleischwährung, aber, äh, gute Motul 5.1, aber das Beste für den lieben Janik, ne. So. Jetzt wird es wieder laut, Freunde. Nochmal, ganz wichtig, Gerät einschalten, den Hebel öffnen, na, das heißt den Hebel, Entlüftungsschraube öffnen, äh? Ähm, ja, und dann, wie gesagt, alles von alleine wieder machen lassen, ne. Brauchst du nichts mehr machen. Ist gut, gefällt mir. Oh, wofür bin ich eigentlich noch hier? Ja, wie gesagt, nur oben, ganz wichtig, darauf achten, der Bremsfähigkeitsbehälter darf nicht leer werden. Also, immer kurz davor aufhören. Besser ein Stück drüber noch, äh, äh, so ein kleiner Angststreifen immer noch lassen. Ja, ich würde sagen, einmal machen wir noch und, äh, let's go, der Haas. Musik 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 Den können wir abziehen, den auch. So, hier können wir auch abstecken. Man sieht, Bremsfähigkeit ist auf jeden Fall was drin. Sieht noch relativ frisch aus, weil, wie gesagt, die Bremsfähigkeit schon gewechselt worden ist von mir. Wir schauen noch mal nach, Bremsfähigkeit, Stand können wir noch mal ein bisschen was nachkippen. So, jetzt kommt schön der Deckel wieder drauf. Joi, 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 joi. Nur nicht zu fest knallen, Leute, weil sonst, äh, habt ihr die Schrauben schneller doll, als ihr guckt. So, aber, Leute, äh, ich würde sagen, äh, das war's schon. Also, wie gesagt, das war ein kleines, kurzes, informatives Video. Ja, das wäre Methode 1, Methode 2, Leute, mal gucken. Hier so eine besagte Spritze einfach nur. Sieht total einfach aus, total billig. Aber, Leute, ihr werdet es mir nicht glauben. Ich wollte bei KTM ein original Brems- und Lüftungsgerät bestellen. Na ja, und mir wurde vorgeschlagen, unter der Ersatz-Tell-Liste, eine Spritze. Eine Spritze zum Entlüften des Bremssystems. Beziehungsweise zum Erneuernder Bremsfähigkeit, sagen wir es mal ja so. Nachdem ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, so, krank. Mit einfachsten Mitteln, dass sie das genauso machen, wie ich es jetzt anfangs immer die ganze Zeit auch gemacht habe. Funktioniert, einwandfrei. Leute, irgendwie verkackt meine Kamera die ganze Zeit immer wieder. Ich weiß jetzt nicht, bis wohin die Kamera aufgenommen hat. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt beim Outro angelangt. Deswegen, wenn ihr jetzt die Hälfte nicht mehr irgendwie dabei habt, dann habt ihr jetzt gleich den GoPro-Sound gehört. Und natürlich alles nur von der GoPro noch gesehen. Geil, danke dafür. Sony hier, echt, spitze Leistung passiert irgendwie in letzter Zeit öfters. Geht mir die mir auf den Sack. Na ja, Leute, ich würde sagen, das war es mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen, dann Abo natürlich auch. Mega gerne. Für Verbesserungsvorschläge oder Wünsche oder sonst was auch immer, alles bitte unten in die Kommentare schreiben. Ich gucke mir jeden Kommentar einmal an. Werd auch dementsprechend teilweise kommentieren, wo ich sage, hier muss man auf jeden Fall mal nachkommentieren. Und ja, ein paar Projekte haben wir noch. Husqvarna wird verkauft. Warum, findet ihr alle in meinem Post bei Instagram. Ja, ist wie gesagt eine 2.17er, 100 Betriebsstunden. Also ich werde jetzt noch nicht näher drauf eingehen. Wie gesagt, für die Leute, die Interesse haben, schreibt mir, wenn nicht, dann nicht. Ja, genau. Moped kommt natürlich dafür auch. Alternativmoped. Wird wahrscheinlich Ende März, Anfang April werden. Versprechen kann ich leider nichts. Müssen wir mal abwarten. Genau, unter der Planer haben wir noch ein Schätzchen. Eine schöne Honda, die wird komplett restauriert. 2012, seitdem man steht, die schon. Deswegen, die wird einmal komplett gemacht. Da werden wir ein dickes Projekt draus machen. Der Roller bekommt nochmal ein paar Kleinigkeiten. Dann haben wir noch die Karre vom lieben Yannick. Die wird, glaube ich, als allererstes jetzt passieren. Da, ähm, ja, was machen wir da nochmal? Genau, Kolbenringe, Zylinder und so was alles rausnehmen. Bemessen, alles einfach mal ein bisschen Tutti-Frutti. Machen wir mal ein bisschen Licht an hier. Ein bisschen Tutti-Frutti, einmal ein bisschen kontrollieren und nachgucken. Äh, ja, da freue ich mich tatsächlich richtig drauf. Äh, weil ich glaube, das wird ein Projekt für euch, wo ihr sagt, na, ist ganz cool, ganz spannend. Äh, würde ich auch mal gerne sehen. Ja, genau. Und ich würde sagen, wir reden nicht mehr so viel. Das Video soll nicht zu lang werden. Deswegen, haut rein, Leute. Tschüss.